Das ist der von Far Cry 3. Ach, die haben sie schon gemacht? Nein. Also nicht, dass ich wüsste jedenfalls. Ah, jetzt kann man den Testköder nehmen. Hast du jetzt einen Köder geworfen? Ja. War das der Testköder? Weiß ich nicht. Ne, ein Wolf. Wo ist denn dieser Testköder? Ich verstehe es nicht so ganz. Töte nur die Kultisten. Wir dürfen sie aber nicht aufscheuchen. Wir müssen erst die Dinger töten hier. Warte mal. Hat man markiert. Ich weiß nicht. Wow. Ich weiß nicht, wie wir die Zeit machen wollen. Mal. Ich weiß nicht. Wir müssen jetzt ein Schwerverlager sein. Mal. Wir müssen jetzt hier weiter in den Kultisten. Dann machen wir das. Ach, warte, hier. Hier müssen wir einen Köder platzieren. Den kann man gar nicht werfen, den hat man einfach dabei. Erreiche das Dach der Hütte. Komm hier hoch. Oh, guck mal, jetzt kommen ganz schön viele Stinktiere. Lass mal mit meiner Schrotflinde machen. Hä? 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 Du bist zu 75% sicher, dass das funktionieren wird. Ich fau mal ein Flüstöl mit dem Flüst. Ah, hab ich ja alle. Okay, krass. Naja. So, und jetzt? Jetzt muss ich mal kurz in meine Herausforderung gucken. Naja. Hä? Ich dachte, das steht nochmal auf. Kann ich teleportieren? Jaja. Ja. Und die andere Probe holen, die sollen wahrscheinlich wieder nicht funktioniert. Kann sein, ja. Ich hab grad eben in meinem Bruder gespielt, ne? Mhm. Und ich hatte ja alles, ne? Ich hatte ja komplett alles voll, ne? Bei mir. Ja. Ja. Aktimal Munition, alles mögliche, ne? Alles ausgerüstet. Da haben wir Dinge gemacht. Da, wo wir mit Pfing-Achsten werden, mit einem Finger einkommen, alle Waffen wechseln, eine Munition weg ist, ist super. Jetzt hab ich alles ja neu kaufen, Alter. Das ist ja auch ganz spezielle Munition, alles, ne? Was voll teuer ist. Wir haben Feuermunition, alles. Ja, ja. Weißt du, wie man beim Bogen die Pfeile wechseln kann? Du musst die Pfeile kaufen. Ja. Ja, ja. Na klar. Ja, ja. Ich bin jetzt wieder Solo unterwegs, glaub ich. Nee, nee, du bist ja vorne, oder nicht? Nee, ich bin grad rausgeflogen. Keine Ahnung. Lade mich noch mal ein. Ja. Jetzt gehen wir die Pfeil und starten wir dann. Boah, ich bin die Pfeil weg. Woop, ich bin die Pfeil weg. Wie bin die Pfeil weg? Nö, nie das Access. Jetzt konnte ich es wieder nicht lesen. Was, das war's? Der Köder kann auch Angel anlocken. Angelköder hab ich nur. Angel, nicht Angel. Achso. Angelköder heißt, es steht da. Hallo? Ja, aber es heißt Angel, Mann. Ich hab nur einen Angelköder, Alter. Du kannst ja angeln gehen, ey. Ja. Du kannst ja die Haftgranate und so was machen. Was kenn ich? Haftgranate und so was. Ach da, tatsächlich. Haften an jeder... Haften? Na gut, klar. Kaufen. Hab doch die Kohle. Haftgranate. Haftender Fernzündungs... Einmal frei. Da geht die Kohle weg. So, Spezial. Ne, ich hab immer noch 59.000. Ja, und wo kann ich die dann wechseln? Mit Ei, ey. Achso, okay. Hab jetzt mal genommen. Schrotflinten, Brandmunition, was es nicht alles gibt. Schrotkugeln. Aus leeren Patronen kann man super Schnaps trinken, steht hier sogar dabei. Streurakete. Ja gut, das wird zuerst mal gewesen sein. Ach da, Tatsache. Dann konnte ich das bloß nicht wechseln, weil ich... Schrotkugel. Sind die besser oder was? Machen die mehr Schaden? Muss jetzt auf jeden Fall ein bisschen Schrotflinten-Kills machen. Wir machen jetzt einen Außenposten, würde ich sagen, oder? Oh. Naja. Willst du den lautlos machen oder reinrennen? Ich glaub sogar, ob wir machen den Außenposten, ey. Alles klar. Naja, kann ja sein, dir liegt was dran, die leise zu machen, weil du Kohle brauchst oder was. Gesundheit. Kohle, Pfau, ja. Ich hab kein Geld mehr. Ich hab kein Geld mehr. Ich hab nur 100 Geld, hab ich. Ja, da müssen wir es lautlos machen. Dann gibt's tausend mehr. Ach, ich hab so Schnauze voll von dem Scheiß-Game, Alter. Ohne Witz, ey. Ich rufe ohne Helikopter und da kommt aber keiner. Das ist ein Scheiß. Warum musst du nicht laufen? Warum nicht? 1,000 Kilometer, 1,000 Meter laufen, oder was? Also, bis du kommst. Ich dachte, vielleicht finde ich ein paar Typen unterwegs, die ich mit der Schrotflinde abknallen kann. Nein, ich lauf nicht mehr. Ich bin auch gut, weil ich meine, die ist oben an der Scheißhaut. Achso, kann man ja auch. Da läuft man doch schneller hier. Zack. Oh, jetzt flitzt er wie ein Hase. Und da sind auch schon welche. Ich muss hinten aufmachen, oder? Habe ich mich aus Versehen in die Ladefläche eingesperrt? Das letzte Mal. Wir gehen drinnen auf, Alter. Dann geh mal rein. Komm, mach mal zu. Hi. Ciao. Geht nämlich nicht mehr auf jetzt. Weiß nicht. Ach, geht wieder auf, ja? Ach, geht wieder auf, ja? Oh, Helikopterfluster. Gelegt mich doch einmal. Tod von oben. Aber wenn er wieder kommt, erwische ich ihn gerade. Ich bin im Handflug für den Angriff. Oh, qualmt schon. Na, und jetzt. Achtung. Zack. Upp. Schnell, ich will's reparieren. Geht nicht mehr. Ich hab auch versucht, Alter, zu kommen. Aber wir sind scheiße. Ich bin ja nicht mehr. Schade, Alter. Ich hätte ihn echt nicht mehr haben wollen. So, wie viel Kills brauch ich denn noch? Noch drei. Wo? Ja, fahr schon mal. Wo? Gleich mal häuten. Da kommt ein Hirsch. Achtung. Oh. Mal gucken, was da rauskommt. Wenn du's mit Pfeilen machst, kriegst du mehr raus. Du sollst mir die Leute lassen. Damit ich meine Kills voll krieg. Boah, Alter. Spinner. Jawoll. Hab's fertig. Gott sei Dank. So. Was brauchen wir noch? Granaten-Kills, glaub ich. Den brauch ich aber auch. Ich hab ihn erwischt mit dem Bogen. Hab hinten in die Heckscheibe reingeschossen. Da ist doch auch schon wieder jemand. Oh, Alter. Was war denn das? Alter, weil du gerade nicht vor den, der guckt an, sagt, Sprengstoff und weg über, ey. Ja. Aber übel.